Arbeitsbereich wechseln 3D-Modellierung Auf der Registerkarte Startgruppenquerschnittbefehl aktivieren Schnitt-Ebene. In der Kommandozeile Option aktivieren Schnitt zeichnen. Auf dem Zeichenfeld platzieren Sie den Cursor, drücken Sie die linke Maustaste, wählen Sie mehrere aus, drücken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur. Auf dem Zeichenfeld platzieren Sie den Cursor, drücken Sie die linke Maustaste. Ändern Sie die Ansicht in Southwest Isometrik.